So Leute, wir sind jetzt noch immer da. Der Stefan ist jetzt nach Hause gegangen. Der wohnt ja da oben ein bisschen. Haunenschwänge! Mein Bruder ist noch da. Wir sind jetzt noch da. Servus. Mit unseren Fahrrädern. Mal schauen, was noch kommt. Ah ja, überhaupt. News, was in der Zeit vom Wind passiert ist. Er hat mir etwas beschädigt beim Rad. Beim Fahrrad. Das Licht ist etwas beschädigt, leider. Steck es einfach ein. Ja, warte mal. Das ist einfach in die Hosen. Danke, das reicht. Tu es einfach in die Hosen. Okay, das ist das Gewässer. Ja, bist du... Ja, okay, das ist halt jetzt. Ja, mal schauen. Mal schauen. Es könnte regnen anfangen. Schau jetzt, die Sonne scheint hier wieder. Ja, aber es ist... Egal, wir werden ja sehen. Sobald es anfängt ein bisschen zu regnen, dann werden wir schon heimfahren, leider. Ja, Leute, auf jeden Fall ist gerade der Schnellzug noch immer nicht gekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, der Schnellzug hat glaube ich auch Verspätung jetzt. Oder er fährt später ab, ist auch schon vorgekommen. Heißt aber trotzdem Verspätung. Ja, aber es wird ja noch der Talent kommen. Vielleicht noch ein Güterzug mal schauen und bis später. Ja, Leute, jetzt kommt gleich der Talent. Die Weiche hat ihn noch nicht gestellt. Die Weiche ist schon gestellt. Echt? Ja, eigentlich schon, weil er als letztes Jahr der Talent gekommen ist. Man lasst das jetzt. Weil er als letztes Jahr der Talent gekommen ist. Hier noch ein Stroh vom GmbH. Weil er als letztes Jahr der Talent gekommen ist und deswegen, und wieder weggefahren. Deswegen, weil er weggefahren ist, ist er noch die Weiche gestellt. Ich denke, es lassen sich nicht. Der Weil ist noch nichts gekommen. Es kommt vielleicht ein Regen auf uns zu. Ich denke, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, aber es geht. Es wird bald regnen, denke ich. Ich denke, wir schaffen es nicht mehr, wenn er wegfährt. Trotzdem, in zehn Minuten, zehn Minuten, brauchen wir. Zehn Minuten werden wir noch hierbleiben. Gehen wir es. Der Zug? Ja. Ja. Dann ist es hier. Hm. Ja. 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 Ja.